Kampions Leakur-Titelträger wie der FC Chelsea, Manchester United und der vom deutschen Jürgen Klopp trainierte FC Liverpool zählen zu den international populärsten Top-Klubs aller Zeiten. Regelmäßige Hochspannung bis zum Schluss verspricht der Titelkampf in der höchsten Spielklasse Englands. In den letzten acht Spielzeiten wurden vier verschiedene Klubsmeister, kein Verein konnte den Titel in diesem Zeitraum verteidigen. Neben der sportlichen Klasse und Superstars wie Eden Hazard und Paul Pogba ist die Premier Leakur vor allem für ihre finanzielle Vormachtstellung im internationalen Vergleich bekannt. Lukrative TV-Verträge und schwerreiche Investoren ermöglichten in der jüngsten Vergangenheit Rekordtransfers wie den 105-Millionen-Wechsel des französischen Shootingstars Pogba von Juventus Turin zu Manchester United. Auch vor der neuen Saison wurde in der Premier Leakur wieder kräftig investiert. Manchester City verpflichtete gleich eine komplett neue Abwehr für knappe 200 Millionen Euro. Der Meister-Chelsea konnte Alvaro Morata von Real Madrid verpflichten, sowie den deutschen Innenverteidiger Antonio Rüdiger vom As-Rom. Der Meister-Chelsea konnte Alvaro Morata von Real Madrid verpflichten, sowie den deutschen Innenverteidiger vom As-Rom.